Der Gesandte Allah Dann sind ihr Blut und ihr Besitz vor mir gefeit, außer in den Fällen, in denen es einen Rechtsanspruch gibt, das was Haqq al-Islamen, nach den Gesetzen des Islams und ihre Abrechnung liegt bei Allah. Das ist überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. Es gibt natürlich viele Ahadith, die darüber sprechen, dass wer die Shahada, la ilaha illallah sagt, dem steht dies zu. Wer la ilaha illallah sagt, wird in das Paradies eingehen. Wer diese Worte sagt, der ist vor der Höllenpein geschützt. Auch ohne die Erwähnung von dem Gebet und dem Fasten, wie es hier der Fall ist. Wie sind diese Ahadith zu verstehen? Erst einmal muss man verstehen, einen ganz wichtigen Punkt, den Ibn Rajab auch hier erwähnt. Er sagt, Er als Muslim zu zählen. Und das ist eine Sache, die die Fukaha auch erwähnen, anhand vieler Beispiele in ihren Büchern. Ich nenne euch ein paar Beispiele aus den Büchern der Hanabila. Die Hanabila sagen, nicht nur bei der Shahada, auch beim Gebet sagen sie das. Sie sagen, wer das Gebet betet. Sie sagen, im Darul Islam oder im Darul Harb oder wo auch immer. In der Jamaah oder alleine, zur Zeit des Gebets oder außerhalb der Gebetszeit, sie sagen, Er ist juristisch betrachtet, gilt er als Muslim. Was heißt juristisch? Ob jemand in der Realität ein Muslim ist oder nicht, das kannst du nie sagen. Richtig? Außer, dass Allah Ta'ala berichtet im Koran über bestimmte Personen oder der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam nennt Personen. Aber so allgemein von den anderen Individuen nicht. Den inneren Islam, den kannst du nie tatsächlich kennen. Deswegen erwähnen sie, dass diese Ahkam juristische Ahkam sind. Unabhängig davon, ob er wirklich ein Muslim ist oder nicht. Das ist nicht deine Sache. Es sind juristische Ahkamen. Wenn du eine unbekannte Person vor dir hast, eine unbekannte Person, du weißt nichts über sie, sie kennt dich nicht. Und er sagt vor dir diese Worte oder führt diese Handlungen aus. Fahur Muslimun Hukman. Er ist juristisch gesehen ein Muslim. Was heißt das, wenn wir noch weitergehen? Ich stelle euch mal eine Frage. Nehmen wir mal an, ein Mann, den du kennst, ein Christ, ein Jude, ein irgendwas, sagt diese Worte vor dir oder er betet mit dir. Er kommt und sagt, hey, ich will heute mit dir beten. Bei ihm. Er macht das und um das noch ein bisschen zu verdeutlichen, sagen wir einfach, er hat vorher gesagt, er möchte Muslim werden auch. Weil eben nachdem er gebetet hat oder diese Worte gesagt hat, sagt er, ich habe nur Spaß gemacht. Oder ich habe es gar nicht so gemeint. Was ich damit sagen möchte, du weißt ja jetzt, du weißt jetzt, dass er in dem Moment, in dem Moment, als du davon ausgegangen bist, er sei ein Muslim, war er gar keiner, oder? Er war ja gar keiner dann, ne? Weil er hat ja gesagt, wenn er die Wahrheit sagt, er wollte gar nicht Muslim werden, hat mir Spaß gemacht. Jetzt die Frage, die ich euch stellen möchte, dann daran erkennt ihr nämlich, was die Fubaha mit ihrem Wort, mit ihrem Wort, Hukman, Mainan. Wie beurteilst du ihn jetzt? Es gibt ja diese zwei Formen des Kufr, Kufr al-Asli und Kufr al-Ridda. Die sind verschieden und auch die Akkamen sind unterschiedlich im Umgang. Ist er ein Kafir Asli, so wie er also schon vorher war, oder ein Murtad? Du weißt ja, er war gar nicht Muslim geworden. Er hat ja selbst gesagt, ich wollte gar nicht Muslim werden. Warum sagen wir Murtad? Obwohl wir wissen, er war gar kein Muslim. Weil wir ihn juristisch als Muslim gewertet hatten. Versteht ihr? Das heißt, das ist eine ganz wichtige Sache, die wir verstehen müssen. Es geht nicht immer um die Realitäten. Es geht nicht immer um die Realitäten. Manchmal kann die Akkamen der Scharia, es kann eine Diskrepanz bestehen zwischen dem Hukm der Scharia und der Realität. Ich gebe euch ein ganz einfaches Beispiel dafür, wo man es sehr klar und offensichtlich sieht. Es wird überliefert in Sahihayn, dass Utbah ibn Abi Waqqas und Abd ibn Sam'ah hatten einen Streitfall. Sie hatten einen Streitfall. Es ging um ein Kind. Wem dieses Kind gehört. Utbah ibn Abi Waqqas und er sind zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gegangen. Und bei der Utbah sagte hier, ja Rasulullah, das ist der Sohn von meinem Bruder. Das ist der Sohn von meinem Bruder. Er hatte mir, bevor er gestorben ist, er bat mich darum, dass ich mich um ihn kümmere. Und dann sagte er, und schau dir doch an, seine Ähnlichkeit, seine offensichtliche Ähnlichkeit zu mir. Und dann sagte Abd ibn Sam'ah, er sagte, ja Rasulullah, das ist das Kind meines Vaters. Warum? Er sagte, er ist nämlich im Bett seiner Surya geboren. Was heißt das? Wenn ein Mann in einem rechtlichen Verhältnis mit einer Frau steht und ein Kind geboren wird in diesem, ich nenne es mal Ehebett, dann gilt Asl, also das ist der Asl, jedes Kind, was innerhalb dieses Verhältnisses geboren wird, wird diesem Paar zugeschrieben. Das sind natürlich Details und Akkama, das können wir jetzt nicht besprechen. Versteht einfach nur mal diesen Grundsatz. Das ist nämlich der Asl, aber der hat eine Ähnlichkeit zur Utbah. Was glaubt ihr, wie der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam jetzt gehandelt hat? Wie fiel sein Urteil aus? Offensichtlich, er hat eine, sie sagen, er hat eine offensichtliche Ähnlichkeit zur Utbah gehabt. Das heißt, jeder, der ihn sieht, erkennt das. Wie hat der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam geurteilt? Wenn man nach der offensichtlichen, der Offensichtlichkeitsgeneration geht, die wir heute haben, ist offensichtlich, würde man sagen, wenn ein Fall vor ihm gebracht worden wäre, hätte er gesagt, hier, Chuzo, Utbah, nimm ihn mit, der ist dir, dann ist offensichtlich alles. Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam hat nicht so geurteilt. Warum nicht? Es gibt ein Asl. Es gibt einen Leitsatz in dieser Sache. Es gibt einen Leitsatz, den du nicht einfach ausschalten kannst, wenn es mal nicht mehr so offensichtlich ist. Dieser Leitsatz sagt, Das Kind wird dem Firaj zugeordnet, dem Ehebett. Oder dem, ja, dazu gehört auch die Surriya. Und für den Ahir gibt es den Hajar. Der Ahir ist wer? Wer versteht diesen Hadith? Wer versteht diesen Hadith? Manche verstehen das darunter, aber mit dem Hajar ist hier nicht das Dichteinigung gemeint. Zumindest nach der Auffassung einiger. Hier ist gemeint, das ist so ein Ausdruck in der Reisensprache. Man sagt zum Beispiel, Lifulane alhajar, Der Prophet sagte zu Abdi ibn Zam'a, er sagte, dass der Bruder einer der Frauen des Propheten, er sagte, nimm ihn erst dir. Die Ähnlichkeit ist aber zu Utbah. Hier haben wir einmal eine Realität, also etwas Offensichtliches. Und wir haben hier einmal ein Hukum der Sharia. Und genauso ist es mit der Shahada, weil diese Worte ausspricht, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah oder betet, der gilt als Muslim, juristisch, ob es dir passt oder nicht. Weil diese Aussagen, ja, aber die meisten Menschen verstehen das heute nicht. Mag vielleicht so sein, kann sein, aber das ist nicht deine Sache. Du kannst nicht mit solchen Sachen allgemeine Texte einschränken oder sie abrogieren. Bei manchen geht es schon Richtung Nasr. Sie sagen, diese Texte haben heute keine Anwendung mehr. Kann man nicht mehr anwenden. Das ist eine Abrogation. Du abrogierst den Text. Womit hast du das gemacht? Mit welchem Delil hast du diesen Text abrogiert oder eingeschränkt? Allgemeine Texte einzuschränken ist eine Form des Hukum. Das ist eine Form des Hukum. Du kannst nicht Texte mit deinem Realitätsverständnis einschränken. Womit hast du das eingeschränkt? Mit welchem Text? Der Prophet Sallallahu Ebenfalls ähnlichen Nas, der diesen allgemeinen Text einschränkt. Nicht mit Beispielen aus der Geschichte, die Kuffar haben auch Hajj gemacht. Das ist ein Beispiel aus der Geschichte, das ist kein Nas.